Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Beleuchtung. Dafür haben wir hier einen Mini, aber das Video kann natürlich für jeden BMW angewendet werden. Jeder BMW oder Mini wird in seiner Lebenszeit früher oder später ein Problem mit der Beleuchtung haben. Entweder einzelne Komponenten wie zum Beispiel die Standlichter, Rückfalllicht, Kennzeichenbeleuchtung und 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 wird nicht mehr funktionieren oder nach einem Batteriewechsel oder einer Diagnose fallen viele Komponenten der Beleuchtung aus. Das heißt, die Blinker gehen nicht mehr, das Licht geht nicht mehr aus, Fensterheber gehen nicht. Und das alles hat eine Gemeinsamkeit und zwar das Steuergeld für die Beleuchtung. Bei den Minis sitzt das Steuergeld genau hier. Das heißt, Fahrerseite, Fußraum an der A-Säule. Es ist befestigt mit zwei Zehner-Muttern und diese Steuergeld ist halt leider sehr teuer. Aber nicht die hohen Kosten sind das einzige Problem. Ich zeige noch einmal ganz kurz, wo sie das befindet. Genau hier. Das heißt, um da ranzukommen, müsst ihr diese Abdeckung hier zur Seite schieben. Dann könnt ihr das einfach ausbauen. Aber wie gesagt, nicht die hohen Kosten sind das einzige Problem. Denn wenn man so ein Steuergeld bei Mini oder BMW Tausch liegt man preislich um die 750 Euro. Denn das Problem ist einfach, dass das Steuergeld oft nicht lieferbar ist. Und wenn es lieferbar ist und ihr sogar das Glück habt, dass ihr eins bekommt, muss das gesamte Fahrzeug auf den neuesten Software schon programmiert werden. Und das ist ziemlich gefährlich. Denn so ein Fahrzeug ist 10, 15 Jahre alt und genauso alt sind die Steuergäte. Und bei jeder Programmierung der alten Steuergäte habt ihr die Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Dieses Fahrzeug ist aus 2010 und hatte das Problem, er war einfach bei einer Werkstatt. Die Werkstatt hat hier etwas Mechanisches gemacht und hatte natürlich die Batterie abgeklemmt. Nach dem Abklemmen der Batterie und wieder Anklemmen sind viele Komponenten ausgefallen. Und wie man so oft das wahrscheinlich denkt, hat man der Werkstatt sozusagen die Schuld gegeben. Aber die Werkstatt hat hier keine Schuld. Denn die Fahrzeuge mit einem Fußraummodul 3, so nennt sich das Steuergeld, für die Beleuchtung in Fahrzeugen ab 2009, er hat einen eingebauten Softwarefehler. Der Softwarefehler kann seit Jahren sozusagen schlummern. Alles funktioniert, ihr merkt das nicht, solange ihr nicht einen Neustart der Steuergeräte durchführt. Das heißt, Batterie anklären, Batterie abklären. Manchmal passiert das, dass bestimmte Diagnosesysteme der Steuergeld neu starten. Genau das gleiche passiert auch ebenfalls. In dem Fall. Und was kann man da machen? BMW, wie gesagt, tauscht das Steuergeld einfach aus mit den Gefahren, auf die ich euch hingewiesen habe. Aber das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Denn man kann das Risiko auch minimieren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die fehlerhafte Software, die diese Steuergeld hat, wiederherzustellen. Das heißt, es gibt Firmen, die das anbieten. Das heißt, es wird einfach eine Wiederherstellung gemacht. Die Wiederherstellung ist auch relativ günstig und hat natürlich den Vorteil, es funktioniert erst mal. Die Frage ist nur, wie lange. Und so etwas kann einen Monat funktionieren, ein halbes Jahr funktionieren, vielleicht auch ein Jahr funktionieren. Doch früher oder später kommt das Problem wieder. Und deswegen haben wir nach einer Lösung gesucht und sind auch fündig geworden, dass man das Problem nachhaltig löst. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, euer Steuergeld mit einer modifizierten Software zu bespielen, damit dieses Problem, dieses Softwareproblem auch in Zukunft nicht mehr passiert. Denn wir wollen Ruhe haben und ihr sicherlich auch. Natürlich hat das seinen Preis. Es ist teurer als die andere Lösung, aber es ist halt nachhaltig und man hat halt Ruhe. In dem Fall müsst ihr uns das Steuergeld zuschicken. Ihr müsst das Steuergeld ausbauen und zuschicken und wir haben die Möglichkeit, das, wie gesagt, zu modifizieren, damit das Problem in Zukunft einfach nicht mehr passiert. Doch das ist nicht die einzige Problematik, die das Steuergeld der Beleuchtung hat. Ich bin schon darauf eingegangen, dass bestimmte Komponenten ausfallen. Nicht wie in dem Fall sehr viele Komponenten, nur dass zum Beispiel eine Lampe nicht funktioniert. Und dann bekommt ihr natürlich keinen TÜV. Oft ist das zum Beispiel so, dass bei einem Fahrzeug, wenn die Heckklappe immer auf und zu gemacht wird, dass die Scharniere bzw. hier das Kabel geht kaputt und dann funktionieren bestimmte Funktionen wie Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr. Dann wird das Kabel repariert, aber die Lampe leuchtet ebenfalls nicht mehr. Oder ihr hattet irgendwie eine Lampe, die war defekt, ihr seid damit lange durch die Gegend gefahren und irgendwann habt ihr die Lampe ausgetauscht und die Lampe leuchtet trotzdem nicht. Das Steuergeld ist laut BMW defekt und muss getauscht werden und mit dem Problem, auf die ich schon eingegangen bin. Wir haben die Möglichkeit, das sozusagen zu beheben. Das heißt, in diesem Fall können wir das auch aus der Ferne lösen. Dabei schicken wir euch ein Kabel oder ihr bestellt euch selbst ein Kabel, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Und dann können wir aus der Ferne das Steuergeld, was ihr habt, modifizieren. Das heißt, modifizieren mit einer anderen Software, damit dieses Problem in Zukunft nicht mehr passiert. Denn genauso, was bringt es euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Problem habt mit der Kennzeichenbeleuchtung, die nicht leuchtet? Die kann man theoretisch freischalten. Zwar nicht bei BMW, aber kann man theoretisch freischalten. Morgen ist das zu der Blinker nicht mehr, der funktioniert. Übermorgen ist das zum Beispiel das Fernlicht. Deswegen haben wir auch dort eine Lösung gefunden, dass wir das Steuergeld mit einer modifizierten Software bespielen, damit das Problem einfach in Zukunft nicht mehr passiert. Das heißt, man bezahlt in dem Fall auch etwas mehr, aber hat für immer Ruhe. Deswegen, ansonsten zahlt man immer und immer und immer wieder für bestimmte Freischaltung der Funktionen und hat da keine Ruhe. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns eine Mail, ruft uns am besten an und dann werden wir euch behilflich sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, hier können wir zum Beispiel bei dem Mini sehen, wo das Steuergerät verbaut ist. Das heißt, wir müssen diese Abdeckung hier abnehmen. Die ist einfach nur reingeklipst. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Und dann hat man hier gleich das Steuergerät. Hier haben wir den einen Stecker und von der anderen Seite haben wir noch zwei weitere Stecker. Die muss man abtrennen. Dann haben wir hier eine Zehner Mutter und da oben haben wir eine Zehner Mutter. Das war's. Dann kann man das Steuergerät ausbauen und uns zuschicken. Dann kann man das Steuergerät ausbauen.